Jusuf! Hallo? 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 Wie geht's? Gut um dir. Oh, gut wie alt? Das kann ich leider nicht auf TikTok sagen. Keiner spielt mit meinem Hack. Mein Hack, was Allah mir gegeben hat, kann keiner wegnehmen, Leute. Ob wenn die Menschen, alle Menschen und die Djinns und die Shriatins sich sammeln und versuchen mir zu schaden, Leute. Ohne Allah Erlaubnis kann keiner mehr was. Oh Allah. Der Segen, Leute. Wenn Allah was gibt, die Menschen können nichts machen. Die können nur zugucken und neidisch sein. Oh mein Gott, du bist kein Gentleman in meinen Augen, weißt du das eigentlich? Warum? Du musst zuhören. Du musst zuhören. Und nachher müde geht das nicht, bre. Nachher müde. Ich will mir sagen. Ich habe eine Frage. Soll ich das in die Öffentlichkeit stellen oder eher privat? Ist wirklich krasse Frage. Privat. Warum privat? Kann ich hier bitte? Hey, guck mal. Ich tue eine Frau rein, die so hübsch ist. Ich liebe sie auch. Hallo. Oh mein Gott, ey. Hallo, ich schmerze. Hi. Wie geht's euch? Danke, gut. Oh mein Gott, Eda, ja. Hi, Barelo. Ich habe so viele Frauen kennengelernt, ja. Aber wie dich war noch nie eine so hübsch. Noch nie? Hi. Guck mal. Selbst eine Abrita sieht neben dir wie ein Chip aus. Eine Abrita, die hübsch ist. Oh mein Gott, ich sag dir was, Barelo. Ich würde lesbisch werden. Ich würde lesbisch werden. Als erstes lesbisch werden, bevor ich dich nehme, Barelo. Merkt ihr das? Die ist wunderschön. Sag sowas nicht. Die ist wunderschön, habe ich gesagt. Aber neben dir sieht sie aus, habe ich gesagt. Ach, schau so, Tim. Okay. Oh, da war er. Sorry. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie? 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 Ich wünsch euch ganz viel Spaß. Okay? Ich wünsch euch ganz viel Spaß euch. Ich wünsch euch ganz viel Spaß euch. Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Alles gut. Edda, Edda, Edda. Edda, Edda. Edda, Edda. Warte kurz. Guck mal, wenn du mit Christos bist, bleibst du da. Reduzierst du mich wegen meinem Aussehen? Warte, reduzierst du mich wegen meinem Aussehen? Warum gehst du direkt? Nein, ich habe bei dir Angst. Ich respektiere dich doch. Was? Ich respektiere dich doch. Ich mag dich, weil du behaart bist. Du hast viele Haare. Dankeschön, Dankeschön. Haben wir noch eine Weibau. Lass uns nicht an dir. Der ist so krank, der Barello. Warum bleibst du nicht mit mir? Weil, du redest manchmal sehr komisch. Na, Edda? Barello, gute Nacht. Dir auch. Euch ganz viel Spaß. Danke. Dir auch. Warum dir auch? Wer hat einen Namen? Hey, kannst du mal abnehmen? Was ist los mit dir? Du lässt dich gehen, ja? Denkst du, ich nehme dich jemals so? Würdest du mich nehmen, sei ehrlich. Wallah. Nein, so nicht. Geht mit mir. So nicht, aber wenn ich abnehmen würde und so, wenn ich wie ein Modell aussehe. Wallah, sei ehrlich. Zeig mal, dein Bauch hast du alle abgenommen? Ich habe gesehen, du hast es echt zugenommen. Ich habe keinen Bauch. Du hast keinen Bauch? Der zeigt mich. Wer ist Isa, Leute? Wer ist Isa? Wer ist das Barello? Kennst du diesen Wissach? Ich schneide meine Haare für Matches. Barello, ich schneide meine Haare für Matches. Barello, Team Arbrita. Hey. Grüß dich. Team Arbrita. Arbrita ist ja schon Goyen. Wo ist ja schon? Das ist ruhig. 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 Hörig. Hast du mich jetzt beleidigt? Ja, Omo, ich werde dich gerade sagen. Guck mal das hier. Ach, was ist das? Ich nehm es einfach nicht an, die freuen sich schön, nur weil die bisschen hübsch sind. Herzlich... Gut dir? Paul, wie alt bist du? Wie alt? Ja! Hi! Wie alt! Ach egal! Können die anderen Deutsch? Können ja alle Deutsch? Ich kenne es nicht. Kannst du Davianne見, wie auch? Ich will kein Wald sehen, kannst du Gesicht zeigen, Mumas? Hä? Hä? Kannst du dein Gesicht zeigen? Ja. Ja. Wie alt seid ihr alle? Ich mag 3 Sachen. Wie alt? Ich kann mein Alter nicht sagen. Wir sind 18. Ja, TikTok, wir sind 18. Ah, TikTok, ihr seid 18, verstehe ich. Dann jetzt guck mal, was ich mache. Ich tu jemanden für euch rein, unterhaltet euch mit dem, der ist gut. Das ist gut. Dann ist das gut. Dann ist das gut. Dann ist das gut. Es ist ein Witz, ein Nijs, ein Mänjek, ein Ars. Ja, 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 keine Ahnung, was. 7,8 Grad, Nischan, Wallah. Junge, Sam, nimm mal an, Sam, nimm mal an, Junge, nimm mal an, Alter, Wallah. Fühl dich nicht, Wallah. Bevor ich nach Frankfurt komme, Junge, mit deiner Glatze, Wallah. Er denkt, da ist eine harte Nummer, ich schwöre, er sagt zu mir, komm nach. Weil Allah wird sehen. Hi. Hello. Speak English? Nein. Ich weiß, dass du Deutsch kannst. Ich kann Deutsch, aber ich dachte, du kannst kein Deutsch. Das kann ich nicht. Und wo? Aus Afrika, von wo? Aus Togo, kennst du das? Ja, natürlich Togo. Das war meine Lieblingssendung früher. Oh, das sagt jeder, ne? Nicht Togo, Tongo, Land, Tongo, nicht Togo. Tongo? Togo. Also Togo, was ist Tongo? Was darf ich, Alter? Hey, Umut, kannst du mich kurz alleine mit dir lassen? Ich will ein bisschen unterhalten. Ja, geht raus. Nein, wir können uns nicht mehr connecten, bitte. Für diesen Bart, was ich rasiert habe. Nein. Für diesen Bart. Nein. Für diesen Schnurrbart? Niemals. Für diese Augenbrauenstiche? Für das auf jeden Fall nicht. Bitte. Selin? Ja? Selin, lass mich mal kurz alleine mit dir, bitte. Selin, das wird mich gefreut. Okay, ich gehe. Olddeutsch gegenseitig, damit ihr später. Ich freu dich sogar. Ja, wir folgen uns, Alter. Wir hören uns. Ciao. Tschüss. Hey, warum geht das? Warte. Jetzt. Ich habe zu wenig Zuschauer, die mich unterstützen. Eine Runde direkt Hotchip. Eine Runde direkt Hotchip. Weil du neidisch auf mich bist. Weil du neidisch auf meine Zuschauer bist, auf mein Erfolg, auf das, was Allah mir gegeben hat. Deine Zuschauer sollen bei dir rein, Junge. Sei mal leise. Junge. Ich habe zu wenig Zuschauer, das geht nicht so, Wallah. Junge, du hattest nie gute Zuschaueranzahl. Tu nicht so, als hättest du als erstes... Sei leise. Sei leise. Gestern, gestern, bevor ich gesperrt wurde, ich hatte immer 3K nonstop. Junge, was für 3K nonstop, Junge? Du hast nur 3K, wenn ich auflängen gehe, Alter, Wallah. Ich schwör, du warst live mit diesem Ding, äh, wie heißt der, mit Harun oder so. Junge, wenn du 3K hast, lasse ich mich von ganz Hannover durch. Ich schwör, bei Gott, ganz Hannover soll jetzt durch bei dir, Wallah. Ja, komm, eine Runde, komm. Leute, seid ihr dabei, eine Runde oder zwei, schreibt mal. Eine, 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 Leute, komm, eine Runde müssen wir, Leute, Wallah. Aus Prinzip, das Prinzip Sache, Leute, weil er mir nicht gönnt, Wallah. Ich schwör auf alles, du gönnst nicht an die Leute, die mir gönnen werden, es machen. Warte kurz, ich habe meine Zuschauer nicht... Junge, soll ich 5 Stunden warten, Junge, bis deine Zuschauer kommen, da warst, Wallah. Dann lass 2 Runden. Nein, eine Runde direkt, Wallah. Wallah, ist ein Notchip, Junge, ist und nicht mehr, Wallah. Ich schwör, dass du nicht faken wirst? Ich schwör, Wallah. Ich sag, bei Allah. Bei Allah, ich werde nicht faken. Tom Ford, danke. Gleich, Tom Ford, gleich. Okay, komm. Komm, eine Runde direkt. Alle, 30 Stimple, kommt. Yassi, danke, Lovitz, danke, C, danke, danke, ne, alle, 30 Stimple, eine Runde, Leute, kommt. Leute, kommt alle rüber, kommt alle rüber, bitte, kommt alle rüber, die Barilo irgendwie schleifen sehen wollen. Kommt alle rüber. Die haben schon 1.000, Alter. Tom Ford, danke, Tom Ford, danke, Tom Ford, danke. Ich ziel von 3, 50, 3, 2, 1, jetzt, Leute. Alle, 30 Stimple, kommt. Lass diese Neider, Leute, auseinandernehmen, Wallah. Alles gut zum Geburtstag. Ich hab keinen Geburtstag. Yassi, danke, danke, Achmar, danke, Yassi, danke, Yassi, danke, Leute. 3, 2, 1, alle, 30 Stimple, kommt. Schirin, danke, komm, Leute, weiter, 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 weiter. Leider, danke, Azra, danke, Leute, eine Runde direkt, Leute, kommt, ja, Wallah. Wer macht Totschip um eine Runde, Leute, alle brauchen drei, vier Runden, Alter, wir machen um eine Runde. Was für eine, wir machen noch zwei. Nein, eine, Wallah, eine. Ja, zwei, klar, Leute, an alle Team, mich ein bisschen lieben, kommt rüber, kommt rüber, unterstützen mich, kommt. Team, danke, wer liebt dich, Alter, auch eine Schirin, die keiner will, Wallah. Leider, krall, danke. Die Abu Hamza sogar gekauft hat. Okay, Leute, ich verstehe, Yassi ist nicht mehr in der Rangliste, ist mir noch egal. Jeder eine Rose, Leute, jeder eine Rose, jeder eine Rose, jeder eine Rose, jeder eine Rose. Jeder, der Rose schickt, folge ich jetzt, jeder, der Rose schickt, folge ich jetzt, bitte alle zusammen, bitte, bitte, Leute. Wir müssen gewinnen, 5000 Punkte, Leute, kommt, 5000 Punkte, kommt, Leute, jeder, der Rose schickt, folge ich, alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen, jetzt, Leute, jetzt, 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 5000 Punkte, Leute. Die werden es schaffen, wenn wir das nicht schaffen, sind wir, ah, ah, komm, Leute, komm, Leute, alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen. Sandra, Beere, danke, Sven, danke, weiter, 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 Aissi, danke, weiter, 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 Leute, weiter, er wird es schaffen, wir werden es nicht schaffen, 10 Sekunden noch. Leute, es geht um Wotschick, ja, ein Babylöse, ein Babylöse, ein Babylöse, ein Babylöse, ein Babylöse, kommt, kommt, Leute, kommt, Kaluma, danke, weiter. schaffen wir werden es nicht schaffen der wirtschaft weiter 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 klar danke klar nein danke 321 alle gerechtzeit die stimme der guck mal und ich küsse deiner zahl und ich hab dir gefolgt zwei runden haben wir gesagt ich zählte von drei runter die drei haben wir zwei runden gesagt 13 mal loslassen dreimal loslassen an alle dreimal liken dreimal eine runde eine runde egal 321 kommt sie danke die mir dann dass linda linda ich küsse dein herz kommt ja immer ganz bitte alle gleichzeit die stimme die kommt wenn ich 321 angetippt auf mein gesicht 321 marokko danke fjorenzo danke weiter die mir leider danke gut und besser danke weiter leute kommt ja eine runde leute direkt zwei weg das nicht eine runde ein oder zwei überlegt gut sagen dann ist eine dünnes elektro danke ok ok selber ein hast du gesagt ok ich so danke bitte das mich gewinnen bitte 321 leuten wollen wir geben ein bisschen gas bitte ja leute kommen auf zu heute kommen dass auch punkte kommen leute so habe ich angst ich weiß nicht wo wir sind wo am ende steigen die noch lasst uns fünf punkte kommen ria merr danke alles 10x5 jetzt alles 10x5 oh mein gott booster leute oh mein gott booster alles mal 5 leute alles mal 5 juwelier juwelier du ehre mann alles 10x5 leute alles mal 5 jetzt alles mal 5 wallah alles was er schickt mal 5 leute lohne danke lohne weiter 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 alles mal 5 leute ausnutzen lohne danke lohne du ehre man lohne lohne folge schon ist danke dank an ihn juwelier dann johel mickey danke tolga dank er mikey claudia danke oh mein gott weiter 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 jetz zu können danke 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 dank an den weiter alle der bärie elektro danke bärie elektro danke leider eine runde wollen die werden noch Sniper, der kommt. Luni! Danke, Luni. Claudia, danke. Claudia, auch gefolgt. Luni, auch Tolga, danke. Danke, Nino, Leute, Wallah. Bildi, Jackson, danke. Büger, danke. Abzi, danke. Weiter! Bootsanschuh, wenn wer hat. Oran, danke. Viktor, danke, weiter. Viktor, danke. Berichter, danke. Tolga, danke, Soli, danke. Weiter, Leute, jetzt, 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 weiter, 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 weiter. Alle zusammen, jetzt, alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen. Jetzt, Leute, weiter, 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 weiter. Alle zusammen, alle zusammen, jetzt. Soli, Elektro, danke. Jetzt, Leute, alle zusammen. Claudia, Beere, danke. Nix nehmen, dankeschön. Danke, Allah, für alles. Komm, man ist jetzt. Eins null. cause it when the but I nya arm exakt nur im ok managed powers I a icht me make my old hey nein du musst machen weil du gesagt habe ich dir nicht am ende gesagt eine oder zwei du warst am führen du nicht vertraut meine leute ich habe gesagt zwei vertraut deine leute nein wala mach wala mach ich schwöre wala zwei nein wala mach zwei wala du bist ein wussig wala du bist ein wussig bei allah bei allah du bist kein mann in meinen augen wala du bist kein mann leute gehören noch diese runde wala du bist selber kein mann wala ja wohl noch diese runde wala nur tippen leute nur durch tippen leute da nicht mal 600 menschen das nicht mal 600 menschen sind wir sind nur durch tippen nehmen wir den 3 3 2 1 jetzt leute dreimal tippen dreimal die letzte runde wenn er nicht macht ich bin ich nicht wieder mit ihm leute 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 minu mattei danke alle gleichzeit die stippen leute kommt 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 mattei ibo danke ibo danke c danke einfach danke kannst du mal deine packung zeigen was denn zeig mal deine packung warum sollte ich mein packung zeigen mach mal so warum sollte ich aber was ist mit dir junge was was machst du diese filme mach mal auf mach mal auf nein warum sollte ich jetzt aufmachen wala bist du krank nein ich habe du nicht verloren bist du krank verstehe ich auch nicht leute zeig andere seite zeig andere seite zeig andere seite zeig diese seite auch alle gleichzeitig die blöde ich weiß nicht was der ich weiß selber nicht ich habe ihn gestimmt sie kochen danke 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 da können nicht der mut ich weiß weiß nicht ob mich alle an dank gedanken alle gleichzeit die stimmte kommt tippen leute 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 alle zusammen leute kommt mach auf soll ich aufmachen leute und ihnen zeigen aber da ist ein witzig leute egal ob ich zeig oder nicht leute egal ob ich zeig oder nicht macht trotzdem nicht ja wala was will er von mir was will er von wer war SERIBILRY du verliebte mir gedacht er war sie das nicht zu tun wala die bonn mal danke was ne ottweller wird nicht gewinnen durchs machen ich schwöre noch mal die junge spielte eine rolle ich habe packung überall und wollte ich ruf meine mutter die bringen mir zwei minuten wala schämt dich wollen dass damit der warte warte an alle leute die von ihm zu mir gekommen sind leute leute schämt euch für ihn wenn ihr sowas unterstützt seid ihr nicht besser schaut mal die leute zahlen geld hier und er will er fängt alles effekt bei allah hätte es nicht gefällt ich hätte gegessen ich habe gestern zwei hintereinander gegessen du musst essen wenn du verlierst du hast gefällt junge ich kann junge ich zeig packen damit die leute wissen was es geht und ich rufe meine mutter die bringt mir direkt auf dem chip ok warte wenn ich dir jetzt ein löwe schicke ist du einen normalen was wenn ich dir ein löwe schicke ist du einen normalen ja ok zeig mir eine neue packung ich schicke dir einen löwe schätze direkt ich rufe meine mutter ich sage bringen hast du hast du eine dabei jetzt hast du eine gerade bei dir du bist der größte wusser den ich kenne weil ich kann meine mutter der hat nur packung leute der hat nur packung habt ihr gewinnt da was mit ihr unterstützt so was leute oh mein gott ich kann alles machen was ich will und die leute unterstützen mich junge warte ich habe kopfschmerzen warte schäme dich wallah schäme ich dachte wir sind brüder wallah junge was für brüder alter brüder für geld oder was wir kennen uns nicht mal seit ein jahr alter sagt brüder wallah diese brüder schaffst du hast gewonnen ich habe gewonnen egal hättest du jetzt verloren gegen mich hättest du gleich gegessen können oder ich habe meine mutter angerufen wollte die hatte mir gebracht aber ich habe es einmal gewonnen du bist lächeln ich mache ich mache nichts anhalten dein mund alter ich bin wegen dir bin ich gefahren extra habe ich originale gekauft von der zeigte mir nur packung leute ok dann verkaufe ich ab jetzt autos nur karosserie ohne motor ok passt jungen market war das machen nicht du kannst rausgehen sollen die leute mich hätten wollen ich mache es um und du mich wala tun ich boykott ich war meine mutter du versuchst auf meinen nacken warte 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 du versuchst mich zu verarschen warte bei allah guck mal bei allah guck mal ich habe stinkende fisch wallah ich habe stinkende fisch was soll ich machen ich habe stinkende fisch wallah ich hätte stinkende fisch gegessen ich habe gewonnen wir machen so wir machen nur eine runde wenn du das gewinnst wenn du wenn ich gewinne ist du dir fisch sagt bei allah komm wir machen kaum wir machen ich habe gesagt ich sage nicht mal dabei so was wir machen wir machen wir machen nein nein wenn du nicht schürzt auf allah ich würde ich die ganze auf allah wenn du verlierst du ist wenn ich will ich habe zweimal gewonnen du ist kein hotchip warum soll ich jetzt machen weil du kein hotchip hast weil du bist nicht du hast kein hotchip dabei irgendwie scheiß auf diese hotchip wallah ja das soll bei dir eingehen komm junge und ich trinke den fisch hast du komm eine runde kommt nein du machst sie nicht nein ich hab das jedes mal gemacht du hast du gesehen nein nein egal du machst sie nicht selber mal ich hätte meine mutter angerufen bring mir vorbei wallah von anderen wohnen warte 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 egal das frauenklein alter wallah ich lasse frauenklein bei allah gut danke wie geht es dir nicht gut warum nicht warum nicht warum sollte mir gut gehen gib mir einen grund 2023 menschen haben angefangen zu bellen menschen tun kopf in toilette menschen tun alles möglich und soll mir ist gut gehen wenn ich diese oma so sehe was passiert ab und du bist muslim ein haben will er ja denkst du unser prophet aber lesen werden stolz auf uns warum redest du jetzt über islam was machen was machen sie also findest du die machen alles perfekt und die machen alles richtig ist das normal ist das normal dass ein junger man anstatt dass er arbeiten geht anstatt dass er gesundheit allah hat ihn gesegnet mit alles ist das normal dass ein junger man kopf in toilette rein tut dass er klor deckel ablegt anstatt arbeiten zu gehen mit schweiß mit blut mit disziplin er sagt normal nein das ist also das ist also sehr sorry also siehst du und du fragst mich ob es mir gut geht wie soll es mir gut geht wie soll es mir gut gehen sagt mir sagt mir ein grund wie soll es mir gut geht was soll ich dir denn sagen dazu was soll ich dir dann sagen du kannst nichts dazu sagen ich kann doch nichts nein aber ich weiß verlogen ist warum ist die welt verloren wer verliert die welt wir menschen weißt warum weil die politik ist scheiße weil wir politik gut hätte politik das nicht erlaubt dass menschen kopf in toilette tun wer kopf in toilette tun muss zwei jahre knast denkst jemand würde machen politik ist scheiße diese politik macht alles kaputt wäre 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 gesetzt wer klo deckel ablegt fünf jahre denkst du jemand würde klo deckel ablecken nein würde er nicht keiner würde siehst du alles ist politik alles alles diese gesetze was die menschen gemacht haben ja ja genau genau oder ist nicht so ja hast recht aber über politik kann man was kann man man kann über sehr sehr viel reden ja man kann sehr viel reden sehr und ich finde es ist falsch ich finde es ist falsch über politik zu reden weil jeder mensch hat eine eigene meinung rosa macht die rosen voll und lass mal diese politik nach rosen challenge reden wir weiter ammudi berat danke sie colin die danke wie war dein tag war scheiße heute irgendwie keine gute laune gehabt alles doppelte gleich ist das normal dass man manchmal keine gute laune natürlich ich habe auch manchmal schlechte laune alle zusammen alle zusammen mit der suhe lindy danke dann kann ihn leute wenn ihr was zu fragen habt dann geht rüber zu karello und selber war dich aber wenn da doch danke du ihre mann weiter 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 daco danke boschland marokko danke war die klinge danke weiter 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 gibt gas bitte ammudi war dich danke weiter ammudi danke oma danke dann kann er war ja du bist ein bisschen langweilig wo wohnst du und in münchen in münchen in münchen und du okay ich wohne an ufa oder dann wollen wir uns treffen nein es gefreut es hat mich gefreut dich kennengelernt zu haben mich auch wie du bist du da zeig mal die blondine okay wie ein seid ihr woher kommt hier ich bin die cousine von ibo abe von wem doch nicht ich lüge nicht fragt die leute bei dir wir sind aus essen Könntest du Türkisch? Ja, ich weiß. Hast du das? Ja. Hast du das? Das ist die Kuh. Das ist die Kuh. Das ist die Kuh. Das ist die Kuh. Das ist die Kuh? das war eine ex freundin seine ex freundin adriana adriana bist du seine ex freunde nein also vorhin hat er so viel über dich erzählt echt dann hat er denn erzählt ja dass er hand beinhalten gekommen ist mit seinen eltern und du irgendwie nicht mehr wollte ist aber alle stimmt das mal die 1 dass der ort hörte mich berivan entschuldigung was war du bist voll alt geworden ich bin halt gewonnen salam alaikum reingehen für mann der verkauf im hinweg in korte heute wartet ja ich wollte ein mädchen einladen war hier einmal einer an sparen gedanken clean. I'm sorry. You were with me live yesterday. I can't really hear you. Bye. Yeah, yeah. Bye. 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 Soll ich komplett offline gehen? Scheiße, ich habe so eine gute kennengelernt bei Allah. Ihr macht alles kaputt bei mir. Ihr gönnt mir nicht. Ihr gönnt mir nicht eine Frau. Oh, hier, 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 wieder, wieder, wieder gefunden. Ich habe dich wieder gefunden. Ist das ein Zeichen von Gott? Subhanallah 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 Wie gehts dir? Wie soll es mir gehen? Ganz normal. Wie gehts dir? Alhamdulillah Wo wohnst du? Dort wohnt du? Ehrlich? Ja Okay, ich wohne in Hannover. Ich war Dortmund öfter. Ja Die Leute hier im Live schreiben, dass du... Wie warst du nochmal? Ich bin 18 18, okay Wie alt bist du? Ich bin 23 Ja Menschen aus deinem Live kommen in MyLife und beleidigen Ja Okay, das musst du doch nicht erwähnen, sonst vermehren die sich, Alter Ja, ich bin grad das zweite Mal live Die Leute sagen, du lügst, du bist nicht 18. Warum lügst du? Warum sollte ich lügen? Warum lügst du? Ich lüge? Schlag mich doch direkt Du weißt, was Lügner Haram ist, ne? Ich weiss Sag, es tut mir leid, ich bin nicht 18 Doch Ehrlich jetzt? Ja Ist die 18 Leute? Die kennen mich alle nicht Ich hab grad mal 3000, 4000 Follower Ja Okay, tut mir leid, ja, dass ich dich angeschrieben hab Mein Content ist auf Arabisch, deswegen sind die meisten... Habt ihr mal Arabisch? Anna, ja, Anna Albiya Ente mechnunne Ente lachmoo, me lachmaa Ente lachmoo Ente lachmoo Ente lachmoo Das ist kein Arabisch, nein, das ist kein Arabisch Natürlich Junge, ich bin halb Libanese, Alter, was mit dir? Das Dialekt, Junge Ah, das Dialekt, sagst du? Das ist libanesisch, ja Achso, okay Ente lachmoo Pnama kha Was heißt es denn? Was bedeutet, was machst du so alltäglich? Geht's dir gut Achso Okay Wie läuft dein Tag so? Es hat mich gefreut, ne? Pass auf dich auf! Reingehen Reingehen Für Money Der Verkauf Für mich Oh, Brother! What you doing, Brother? Hello? Kannst du Deutsch? Könnt ihr Deutsch? Ja, klar No, no, no Wer ist der Typ hier, dieser Meher? Yes, Meher Meher How are you, boy? I'm good, what about you? What about you? Of me, and you? Too good Puh, ya khara Abi 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 Tut dir leid, Abi Tut dir leid, Abi Don't talk like this Okay? Okay, Abi Was ist los? Was ist los? Was ist besessen? Was ist besessen? Are you crazy? Where are you from, Abi? I am from Pakistan Pakistan Pakistan? Yes Urdu Which language? Which language? Urdu Urdu Farsi Urdu Urdu? What is Urdu? Urdu Punjabi 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 Bagroor Bagroor Assalamualaikum Kabeer free Oki Kabeer free Kabeer free Oki Sport We are playing We are playing 10 minutes We are playing 10 minutes Shut up Hello We are met After 10 minutes Me and you Challenge Me and you 10 minutes Okay? Follow me Follow me Follow me Okay, follow me Wait Listen brother After 10 minutes We are playing Okay? No match Single Okay? I match Yes After 10 minutes Okay? Choose Much good No match Matchen Matchen No no Not now Doch No no 10 minutes No no Wait no Wait no Wait no Wait no Wait no Wait no 10 minutes No 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 Brother I am busy I am busy Why are this I am busy After 10 minutes Why are you busy? You business man? Yes Really? Yes What is this? This is? Yes This is Fight You are a fighter? Fight Wait 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 I am two Fighters What do you do for living? I am living? I am living... Kikandaba guys I am... Kikandaba What is this? Wait Wait Kikandaba Kikandaba? And an She I am I am business man Can you do it? No Which language you speak? Ich spreche Pakistan. Nur Pakistan? Und Englisch? Ja, Englisch und Pakistan. Urdu, Pakistan. Vudu? Vudu? Magik? Black Magik? Vudu? Du? Warten. Okay. Nach 10 Minuten, wir spielen. Okay? Wir sehen uns. Okay. Mach's gut. Okay. You hear me, brother? Brother. Ciao. Was war der von mir, ja? Was man hier alles kennenlernt, Leute. TikTok macht alles möglich, Leute. Oh Allah. Oh Allah. Man lernt Menschen kennen, die man nie sehen würde. Oh Allah. Oh. Oh, gut. Was machst du? Ich bin zu Hause und du. Und du? Nicht wo bist du, sondern was machst du? Hab ich gefragt. Ich bin live auf TikTok und du? Rau. Wer bist du? Ich bin 19, ich werde 20 und du? Ich bin 23, ich überspringe nicht 25, ich werde auch 24. Okay. Okay. Ich bin Deutsch-Türken, du? Ich bin Al-Libanese, Al-Albaner und mein Opa war Deutscher. Okay. Dein Opa war Deutscher? Ja. Mein Opa war auch Deutscher. Ehrlich jetzt? Ja wirklich. Meiner war jetzt Zweiter Weltkrieg. Und deiner? Ich weiß nicht. Ich glaube auch. Oder? Vielleicht waren die befreundet früher. Man weiß nie. Von wo kam deiner? Von wo aus Deutschland? Duisburg. Vielleicht kennt er selber Abi? Ich glaube nicht. Man kann nicht wissen. Alles ist möglich auf dieser Welt, ne? Guck mal. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit einer Amela live gehen werde. Dass wir beide deutsche Opas haben. Dass die sich kennen. Verstehst du was ich meine? Auf dieser Welt ist alles möglich. Ähm. Amela? Hm. Kommst du aus Duisburg? Ja. Ähm. Welche Landsfrau warst du noch mal? Deutsch-Türken. Ähm. Sind du die Bürsten? Ich verstehe nicht richtig türkisch, weil ich mit meiner Mutter ausgewachsen bin. Hm. Okay. Du redest mit Szene zu, ne? So. Ich verstehe nicht. Oh mein Gott, Junge Parello, hör auf mich peinlich darzustellen. Nein, aber du hast so die ganze Zeit geredet. Mach ich gar nicht. Mach ich gar nicht. Mit Szene zu und du hast nur die Lippen bewegt. Du musst, du musst, wenn du redest auch Zähne bewegen. Komplett Mund auf. Nicht Zähne zu und so reden, weil sonst hört das sich ein bisschen anders an. Ja, Junge Parello. Amela? Was machst du beruflich? Ähm. Momentan nichts. Ich hab Schule fertig gemacht. Und ja, ich warte auf Arbeit. Und du? Sehr gut. Auch beruflich mach ich TikTok. Und ich warte immer auf Spenden anderer Menschen. Auch gut. Auch gut, ne? Auch gut, ne? Und was willst du später werden? Ähm. Äxtin. Was? Äxtin. Äxtin. Ja. Arzt. 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 Meinst du? Ärztin, ne? Oder Äxtin. Ich hab nicht verstanden. Ja. Das ist das gleiche. Arzt. Ärztin. Was redest du da? Ich versteh dich nicht. Und was willst du werden? Was willst du werden? Ich bin schon geworden. Ja, stimmt. TikToker. Was, was, was will man mehr werden, Alter? Ja, Wallah. Das ist, das ist Respekt gegenüber mir, was du fragst. Was willst du werden? Ey, was soll das? Wallah. Ja, tut mir leid. Nicht tut mir leid, sondern es tut dir wirklich leid. Sonst... Ey. Ey. Amela, eine Frage hab ich. Äh. Wer mag deine Haare? Ich selber. Wow. Amazing. Sind die von alleine so glatt oder glätzt du die? Ähm. Ich glätte die. Aber die sind eigentlich nicht so, aber ich glätte die trotzdem. Wie groß bist du? 1,75 Meter. Und du? Ich bin 1,99 Meter. Fast 2 Meter für 1 cm. Mein Bruder ist auch so groß wie du. Ehrlich? Ja. Ja. Ist der Bastelweiler? Nein, nein. Und du? Du lief, ne? Flava, du Ehrenmann gefolgt. Noch bis noch 250 Punkte. Alijan, danke. Nur 100 Punkte, Leute. Ah. Was hast du für Schulabschluss? Ähm. 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 Mein Gedanke. Realschulabschluss. Und du? Hä? Sag und du, damit ich auch beantworte. Nein, ich ja. Und du? Äh. Ich hab keinen Schulabschluss. Ach so. Aber du siehst aus ein bisschen wie Hauptschülerin, nicht? Wie eine... Ja. Okay. Warst du mal Hauptschule so? Vielleicht kurz besuchen? Hauptschule? Ja, früher. Früher? Aber dann Realschule gegangen. Sehr gut, Wallah. Hast du übersprungen eine Klasse? Ich hab aber... Äh. Schule noch nicht geschafft. Es gibt gar nichts. Alles, Leute. Kommt. Weil sie werden... Leute, sie wird... Exten. Exten. Irgendwann. Arjeta, danke. Flama, danke. Da war du, Eramann. Bis zu wievielte Klasse hast du geschafft? Bis 9. Klasse, dann Abgangszeugnis. Hm... Ich muss auch nichts mehr machen. Hättem Dank. Ich hab auch... Ich war der Älteste aus Klasse, ja? Ich hab... Ich bin... Ich hab dreimal meine Klasse wiederholt. Hm... Und du? Äh... Ich glaub... Viermal? Viermal? Sie sind geblieben? kann man nichts machen nein junge die die wiederholen sind die schlossen weil die müssten die gleichen bücher firma lesen hallo ich hätte jemand angerufen gesagt mit vier mal wiederholen versuch keine ärztin zu werden weil ich würde niemals mich behandeln lassen von dir weil sonst machst du mein herz noch kaputt als es ist ja wohl noch willst du willst du mein herz auseinandernehmen oder was willst du da machen ja danke salam aleikum es hat mich geprägt oh mein gott niemand allein her und du und du nein und du bei vielen drüben du und du wenn du w du du die Hallo. Ich komme aus sovie esse... aus zu psicoses?! Tat, Du bist! Hallo! War so! Hallo! Hallo! Hallo? 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 Sa wie Sie? Sa wie Sie? Etam? Zbom Medid. Przezbom Medid? Ses ja kolzei korkuitec. Om. Peler malet. Dschungle. Ja, weniges zu sagen. Ja, Brillo, und du? Machst du meinen Rücken in Deutschland, bitte, Abi? Dein Rücken soll ich in Deutschland machen? Ja, Abi. Ja, Abi.